Oh yeah, oh yeah, das nächste Lied werdet ihr unglaublich lieben. Es ist das Lieblingslied unseres Pianisten und wir hatten wirklich, wirklich, wirklich eine harte Zeit, ihn davon zu überzeugen, dass Duke Spanier da eigentlich dafür steht, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Oh, ja, überzeugt euch, wir haben ihn überzeugt. Das ist hier jetzt ganz neu für Duke Span, so eine Premiere von einem Lied. Und wir freuen uns, dass wir heute Zeit haben, denn es ist nur was wir tun. Ja. 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 raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Es ist immer gut, wenn man Schwestern dabei hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.